Die Lagune des Löwen von Charlotte Thomas. Es liest Dana Geisler. August 1502. Der schwarze Junge blutete aus Mund und Nase, während er über den Landungssteg auf den Kai stolperte. Sein rechtes Auge war fast vollständig zugeschwollen und seine Oberlippe so dick, dass schwer zu sagen war, ob es von den Schlägen kam, die er hatte einstecken müssen, oder ob es ein Merkmal der fremden Rasse war, der er angehörte. Laura starrte ihn bestürzt an, als er näher kam. Trotz des Blutes war zu erkennen, dass sein Gesicht Tränen überströmt war. Sie hatte gewusst, dass hier an der Riva Delgis Giavoni Sklaven verkauft wurden, doch nichts hatte sie auf diesen Anblick vorbereitet. Sie tastete nach der Hand ihres Vaters und er ergriff sie, als hätte er nur darauf gewartet. Das ist nichts für ein Mädchen von neun Jahren. Doch, außerdem werde ich bald zehn. Sie war auf eine merkwürdige Art außerstande, ihren Blick von dem Jungen abzuwenden. Er mochte vielleicht elf oder zwölf sein. Bis auf einen zerfledderten Ländenschurz war er nackt, und so war gut zu sehen, wie gleichmäßig dunkel seine Haut auch an jenen Stellen war, die bei den Menschen in Venedig normalerweise unter der Kleidung verborgen waren. Hinter dem Jungen kam einer der Aufseher an Land, ein in schmierige Baumwolle gehüllter Händler, der mit gezielten Stockhieben die menschliche Ladung von dem hinter ihm verteuten Draghetto an Land trieb. Das Frachtboot war vom Zollhafen herübergekommen, wo die Galere ankerte, mit der die Sklaven von Afrika in die venezianische Lagune gebracht worden waren. Die Aufseher waren ebenfalls Afrikaner, Sklavenjäger aus Alexandria, wie Laura von ihrem Vater erfahren hatte. Der Händler selbst war Portugiese, das hatte sie den Unterhaltungen der Gaffer entnehmen können. Auf den ersten Blick sah man es ihm nicht an, dass er mit Sklaven handelte. Er trug schlichtes schwarzes Tuch und dazu eine schmucklose, flache Kappe. Seine gelbliche Gesichtsfarbe deutete darauf hin, dass es mit seiner Gesundheit nicht zum Besten bestellt war. Die anderen Sklaven waren bereits auf dem Kai versammelt, der Junge war der Letzte. Man hatte ihm die Füße mit Stricken zusammengebunden, so fest, dass er nicht davonlaufen konnte. Von der Fesselung behindert kam er dem Aufseher offenbar nicht schnell genug voran. Der Mann holte mit dem Stock aus. Er versetzte dem Jungen einen Hieb quer über den Rücken. In seinem Bemühen, weiteren Schlägen seines Peinigers zu entkommen, hoppelte der Junge mit seinen aneinander gefesselten Beinen schneller vorwärts. Laura spürte, wie sich Wut in ihr zusammenballte. Die anderen Sklaven, Frauen und kleinere Kinder, waren ungefesselt, bis auf einen Mann, der mit gesenktem Kopf ein paar Schritte abseits der Gruppe stand. Der Mann war so schwarz wie der Junge, aber von unglaublicher Körperlänge und dabei so dünn, wie Laura es bisher an einem Mann noch nie gesehen hatte. Auch die vier Frauen waren dünn und hochgewachsen, wenngleich nicht so groß wie der Mann, und alle trugen das Haar geschoren und hatten in den Ohren bunt bemalten Schmuck, der bis auf ihre Schultern baumelte. Ihre Körper waren in Tücher gewickelt, die schmutzig und fleckig waren. Die sechs Kinder, die sich mit weit aufgerissenen Augen um die Frauen drängten, trugen Lententücher wie der Junge. Ein bedeutsames Detail unterschied indessen den Mann von den anderen. Man hatte ihnen Eisen gelegt, wobei die Ketten, die um seine Handgelenke geschlungen waren, mit denen an seinen Fußknöcheln verbunden waren. Er blickte unter gesenkten Lidern hervor und betrachtete die Umstehenden. Als seine Blicke auf den Jungen fielen, versteifte er sich merklich. Danach blieb er ruhig stehen, doch die Hände, die vor seinem Körper gefesselt waren, zitterten so stark, dass seine Ketten klirrten. Laura fühlte sich bei dem Geräusch von einer seltsamen Unruhe erfüllt, und als ihr Vater sie fortzog, wehrte sie sich nicht. »Nun reicht es«, meinte er. »Das war mehr als genug.« »Der Junge hat geweint«, antwortete sie, während sie sich von ihrem Vater zwischen Gruppen von Passanten und Schaulustigen hindurch in Richtung Ponte della Paglia ziehen ließ. »Natürlich hat er geweint«, meinte er Vater nachsichtig. »Er wurde geschlagen.« Laura widerstand dem Verlangen, über die Schulter zurückzublicken, als sie den Scheitelpunkt der Brücke erreicht hatten. Stattdessen schaute sie über das steinerne Geländer hinab in das schwarze Wasser der Lagune, das in sachten Wellen unter dem Ponte della Paglia hindurchschwappte und sich mit der Strömung des Rio di Palazzo verbannt, dem Kanal, der zu ihrer Rechten am Ostflügel des Dogenpalastes vorbeiführte. Gleich darauf wurde ihr Blick unweigerlich auf die beiden hohen Granitsäulen am Rand der Piazzetta gelenkt, oder genauer, auf eine der beiden, diejenige mit dem geflügelten Markuslöwen. Die andere Säule trug eine Statue von Santodaro, die Laura wenig beeindruckend fand. Es war allein der Löwe, der sie in seinen Bann zog. Die Augen mit der Hand gegen die Sonne beschattend, schaute sie zu der Skulptur auf und wie immer stellte sie sich vor, wie es wäre, hinaufzuklettern und den Löwen zu erklimmen, einfach auf seinen Rücken zu steigen und ihn aufzufordern, mit ihr über die Lagune davon zu fliegen, weit hinaus, in ferne Welten, die noch kein Menschenauge gesehen hatte. Sie wusste genau, dass das törichte Kinderträume waren, verrückte Gedanken eines verrückten Mädchens, das zu viele Geschichten gehört hatte. Doch mochten die Geschichten, die ihr Vater ihr erzählte, auch lauter Märchen sein. Es hatte eine Zeit gegeben, da sie jedes Wort davon geglaubt hatte. Und es gab immer noch Augenblicke, so wie diesen, in denen sie nur einen Atemzug davon entfernt war, ihre Träume für wahrzuhalten, den Löwen von San Marco durch einen Zauber zum Leben zu erwecken und auf seinem Rücken davon zu fliegen, war einer davon. Ihr Vater war ihren Blicken gefolgt und fuhr ihr durchs Haar. »Das war immer deine Lieblingsgeschichte«, sagte er, »auf den Schwingen des Löwen.« Hinter ihnen wurden Rufe laut, und als Laura sich umdrehte, sah sie, dass die Zuschauer von der Gruppe der Sklaven zurückwichen. »Haltet ihn auf!«, schrie eine Frau mit schriller Stimme inmitten des Gerangels. »Er wird uns alle töten!« Der große Sklave hatte einem Patrizier aus der Menge das Schwert entrissen und hielt es mit seinen gefesselten Händen umklammert. Der Junge war in etwa zehn Schritten Entfernung von der Gruppe gestolpert und hingefallen. Der Portugiese brüllte etwas in seiner Sprache, worauf der Schwarze ihm mit kehliger Stimme ein paar ebenso unverständliche Wörter entgegenschrie. Gleichzeitig sprang er mit klirrenden Ketten vorwärts. Unter den Aufschreien der Zuschauer blieb er stehen, senkte das Schwert und schnitt dem Knaben die Fußfesseln durch. Einer der Aufseher brachte genug Mut auf, sich dem Schwarzen von hinten zu nähern. Er hatte den Stock erhoben, zu einem Schlag, der sicher tödlich gewesen wäre, hätte der Aufseher ihn ausführen können. Doch das Entsetzen in den Gesichtern der Umstehenden mussten den Sklaven gewarnt haben, denn im selben Moment, als der Knüppel niedersauste, fuhr er herum, das Schwert immer noch mit beiden Händen umklammernd. In einem blitzenden Bogen zuckte es aufwärts und traf den Aufseher an der Kehle. Der Mann stieß einen gurgelnden Schrei aus und prallte zurück. Er ließ den Stock fallen und griff sich mit beiden Händen an den Hals, als könne er so das Blut stillen, das sprudelnd aus seiner Wunde drang. Der Schwarze ließ das Schwert sinken, riss es aber gleich darauf in einer drohenden Gebärde wieder hoch, als einige der männlichen Zuschauer sich ihm näherten, unter ihnen der Patrizia, dem der Sklave das Schwert entrissen hatte, sowie der Portugiese, in dessen Gesicht ein mörderischer Ausdruck stand. Er hatte ebenfalls blank gezogen und rückte näher, das Schwert vorgestreckt. »Komm weiter, mein Kind!« Ihr Vater versuchte, Laura von der Brücke hinunter auf die Mole vor den Dogenpalast zu ziehen. »Nein!« Sie riss sich von seiner Hand los und blieb stehen. »Ich möchte sehen, was er macht! Vielleicht kann er weglaufen!« »Das ist Unsinn! Nun komm endlich fort von hier!« Sie gab keine Antwort, sondern versuchte stattdessen, sich an ihm vorbeizudrücken, damit sie die Geschehnisse auf der Riva besser sehen konnte. Vage schoss ihr durch den Kopf, dass es Sünde war, den Eltern nicht zu gehorchen. Sie merkte, wie in ihren Handflächen der Schweiß ausbrach, als sie mit klopfendem Herzen zusah, wie der Portugiese und der Patrizia auf den Schwarzen losgingen. Der Patrizia, ein blonder Mann ins maragdgrünem Samt, hatte sich mit einem Dolch bewaffnet, und die Art, wie er ihn von einer Hand in die andere wandern ließ, deutete darauf hin, dass er damit umzugehen verstand. In seinen Augen stand ein rachsüchtiger Ausdruck, und es sah ganz danach aus, als trachtete er nicht nur danach, sich sein Schwert zurückzuholen, sondern auch, den Sklaven zu töten. Der wiederum starrte die näher rückenden Männer zorn erfüllt an und schwang das Schwert ruckartig von einer Seite auf die andere, so schnell, dass Laura das Singen der blutbefleckten Schneide... und es sah ganz danach aus,